hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute auf die anderen ticket und heute habe ich das spiel rise of kingdoms lost was ist das grusande was ist eine grusande egal wir starten das spiel und 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 da sind wir schon zack 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 wir werden alle dailies probieren zu machen ok dann werden neue leute ausbilden katapulte ausbilden oh ich hab kein holz mehr ich hab kein holz mehr warum brauchen die krieger genauso viel holz wie die katapulte egal was ist denn da los ach ich hab ja genug und ist ok so dann geht es weiter hier wie gesagt ich habe ja genug äh ausbilden nicht vergessen gut dann sind die jetzt am gange rekrutieren öffnen die haben wir schon bestätigen bestätigen diese bestätigen ähm wir bauen bauen dann bauen wir den das ist ja gleich schon fertig so ein mist dann nachmachen wir dann nachmachen wir oh ok jetzt werden wir mal den punkt uns anschauen kann man dann sammelgeschwindigkeit leopatra und für sammeln okay okay Was haben wir hier? Zwei Sterne. today Jetzt bei dir gut, haben wir die auch fertig aber hier an den dailies dann nehmen wir noch einmal das vip 40 punkte ich brauche nur 3500 ich bin ja fast da, was fehlt denn da noch? ah, der gut, gut, gut hier habe ich noch 40 stehen oh, Kampagne die Truhen alle aufmachen die muss ich noch auf 3 machen dann haben wir noch hier gegenstände einmal hier auch noch 12 bündnis 20 mal einstellung, einstellung bestätigen und kommandant wo sind die? da sind die fang mal mit denen an fähigkeit 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 und hier noch einmal fähigkeit und das war's ja jetzt geht es mit den tagestickets tagestickets dailies wie auch immer weiter so da sind wir besiege einen barbarentruppel auf der karte ich weiß ich brauche danach leute die ich heilen muss also muss ich Level 9 nehmen weil Level 9 ist so das was ich gerade noch gut schaffe das habe ich mir die ganze Zeit gemerkt das habe ich mir die ganze Zeit gemerkt verletzt Sieg hmm gut jetzt kommt Holzfäller 10.000 ich brauche nur 10.000 neue Truppe Transport machen wir dann auf jeden Fall weniger 10.000 ich weiß jetzt nicht ob ich in ein Gebiet bin was in anderen gehört da muss ich mich immer 1% abgeben von dem was ich sammle deswegen mach ich jetzt auf 11.000 OANUVI PARATIDOMISI TINEMIN PSYCHINI mhm können wir mal kurz gucken wie war das so gehört das Gebiet jemanden ah ne da ist feindliches Gebiet also ich bin in Freiland da ist feindliches Gebiet na das ist der blaue da ist feindliches Gebiet da ist feindliches Gebiet und da ist der rote gibt es nur 2 ich bin umsingelt macht den der pinke hier naja soll nicht mein Problem sein soll nicht mein Problem sein gut dann gehen wir zurück und wir sollen ihn jetzt grad da heilen schwer verletzte Einheit 50 genau 50 meine ich brauche ich auch oder mehr mhm 50 achso jetzt ja gut so holz am sammeln holz ne wir haben noch was anderes gesammelt egal 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 rekrutiere 200 Infanterie sind vorbei da können wir noch mal einen Baban angreifen hier ist noch mal ein Level 1er der geht schon schnell zack und gleich danach nochmal ein Baban Level 1 warum sauren die Days immer so lang ach ne holz holz zahlen abbauen genau nochmal vergrößert eine Wait wenn die rein was vor und und w wo alle in die 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 , okay dann wir war Ist jemand da, dem ich helfen kann? Nein. Alle offline. Oh, 95. Dann gehen wir wieder rein. Und wir gehen auf die Dailies. Dailies. Da seid ihr. Die Silbertruhe noch dreimal öffnen. Ich glaube, für 5 Minuten dauert das so ein bisschen. Ja. Bis ich die nächste öffnen kann. Gut. Jetzt machen wir Holz ist fertig. Dann können wir jetzt 7500 Stein abfarmen. Farmen. Und da wir ja nicht schon feindlich in Gebiet sind, reichen auch die 7500. 8500. So. Ist er vorbei? Geht nicht. Ist er vorbei? Ah, den Schub. Einmal den Schub. Einmal den Schub. Einmal den Schub. Und einmal... Das habe ich gar nicht genommen, ne? Ach, Goldschub brauche ich doch gar nicht. Nur Proviant, Holz und Stein Schub. Versuche ich Verbesserung. Nutze... Ja. Ein bisschen spät wieder, Stefan. Ah. Wie immer. Okay, für die reicht das ja jetzt. Boah. Habe ich nicht einfach den Rock hier genommen? Wie, 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 wie weit ist das jetzt noch weg? Wo sind die? Ah, da. Gut. Sind wir bei? Dö, dö, dö. Fünfmal einkaufen. Gut. Dann wollen wir... Können wir leider nicht. Keiner da. So. Ein Mist. Das ist die wichtige Quest, die wir brauchen. Dann machen wir das hier. Macht des Wind. Wie sind's? Dann nehmen wir aber nicht Cäsar. Dann nehmen wir die hier. Fünf Stück. Eins. Nein. Geht nur bis Level 10. Mist. Dann nehmen wir die fünf. Eins. Drei. Drei. Vier. Fünf. Oh, der geht bis Level 30. Der für 11. Ach, die hat nur einen Stern deswegen. Ja. Bis Level 10. Gut. Gut, gut, gut. Haben wir das auch fertig. Sind wir nicht. Sind wir bei? Sind wir auch bei? Warum habe ich da immer so wenig? Schwertkämpfe. Beschleunigen. Machen wir erstmal noch die anderen Sachen. Wenn ich noch was finde. Okay. Ist er vorbei? Ist er vorbei? Geht nicht. Schöne ich. Schon wieder die nächste Truhe frei? Jo. Den haben wir doch auch schon. Ähm. Sind vorbei. Geht nicht. Äh, sind vorbei. Der geht nicht. Sind vorbei. Und. Ne. Ja, super. Der ist nicht da. Da kann ich nicht einkaufen gehen. Da muss ich das jetzt so machen. Oh. Rockstar ist fertig. Und das sehe ich. Hier eine Truhe. Ich habe hier noch ein paar Schlüssel übrig. Nehme ich einfach die. Bestätige. Habe ich die eine Quest auch fertig. Fängt immer noch was. Infanterie. Beschleunigen. Anwenden. Mach mal. Anwenden. 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 Ausbilden. Ja. Sicher. Das hat gereicht. Wahrscheinlich hat der Rockstar auch gereicht. Mit 5 Sternen. Jo. Und das war jetzt alles für heute. Sind nochmal 2 Gegenstände dazugekommen. Die Truhe verwenden. Und nochmal ein geiler Schlüssel. Ja. Und den kann ich nicht machen. Und der Händler ist nicht da. Deswegen geht der auch nicht. Gut, 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 gut. Dann schicken wir den noch einmal hier bauen. Und dann schicken wir den noch mal ein bisschen schneller. Zack. Komm auch noch einmal schneller. Oh, ich habe gerade 5 Minuten gegeben. Obwohl es noch eine Minute war. Egal. Oh, der Händler ist da. Jetzt ist er da. Wie spät ist es? Wann ist der gekommen heute? Also hiervon brauche ich das auf jeden Fall. Das kostet Diamanten. Ah. Einmal gratis wechseln. Das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Oh, jetzt kostet das auch Diamant. So, dann haben wir die Quest auch noch fertig. Und was schlägt der jetzt vor mit dem Bauen? Die Buch kann ich nicht. Und jetzt kann ich die Buch machen. So. Und das war jetzt wirklich alles. Jetzt gibt es sonst hier eine Quest. Die kann ich nicht machen. Weil die Leute nicht online sind. Sind genauso inaktiv wie ich. Und dann nochmal was abholen. Und das war's. Spiel verlassen. Ticket abholen. Und die Schale. Wollen wir das Spiel noch nicht weg? Bestätigen. Ich habe auf Verwerfen gekriegt. Ja. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.